Hallo, ich bin Dante Marvin Herrmann und habe dieses Jahr im September als Spätberufner mein Dienst als Pastor im Praktikum im Raum Frankfurt und Offenbach angefangen. Meine Aufgaben teilen sich in zwei Bereiche auf. Auf der einen Seite, in Zusammenarbeit mit Simrit Mahari und Annika Watzala, unterstütze ich die Gemeinden Frankfurt Mitte, die Presence Kultur Lounge und die umliegenden Gemeinden im Rhein-Main-Gebiet. Der andere Teil hat als Ziel, in Offenbachstadt einen Raum der Begegnungen zu gründen. Ein Ort, wo Menschen Menschen begegnen, zusammen kommunizieren, wachsen und Gott erleben können. Ein Ort, wo Heilung stattfindet. In diesem Kontext möchte ich eine kurze Erfahrung mit dir teilen. Es war circa 20 Uhr und auf einmal kam noch ein Anruf. Auf der anderen Seite sprach eine Freundin und fragte, wie denn so alles läuft. Ich erzählte ihr die schönen Erfahrungen, die ich diese Woche in Offenbach erlebt hatte. Nach einer kurzen Pause sagte sie mit gebrochener Stimme, oh, wie schön, dass Gott dich so gut gebraucht. Bevor sie weiterreden konnte, unterbrach ich sie und sagte, wie gut, dass er uns so gut gebraucht. Ich erklärte, dass auch wenn sie diese Erfahrungen nicht direkt miterlebt, hat sie doch einen Anteil an dem, was ich dort erlebe. Gott gebraucht uns beide, sagte ich. Auf unterschiedliche Weise. Er weiß schon, wie er sein Reich baut. Ich glaube an eine Gemeinde, die dank der verschiedenen Gaben des Heiligen Geistes funktioniert. Und so kann jeder seinen ganz persönlichen Anteil an dem, was wir als Gemeinde erleben oder auch erreichen. Natürlich hat jeder von uns eine sogenannte persönliche Mission. Und das werden wir auch in der Gebetswoche noch näher betrachten. Wahr ist aber auch, dass die Unterstützung durch die Gaben und Zehnten von Menschen wie dir oder dieser Freundin es möglich machen, dass wir als Kirche weltweit wie auch lokal neue Projekte ins Leben rufen können. So möchte ich dich motivieren, auch Teil dieser Projekte zu werden. Und durch deine Gaben in dieser Gebetswoche unser Projekt in Offenbach und auch die Mission weltweit zu unterstützen. Dafür haben wir dieses Jahr zwei Umschläge. Die wirst du in der lokalen Gemeinde bekommen. Der eine Umschlag ist für die Heimatsmission vorgesehen. Das bedeutet, dass die gesamte Spende für das Projekt in Offenbach genutzt wird. Die andere Spende aus dem anderen Umschlag begeht an die Generalkonferenz und helfen dabei, Missionsprojekte auf der ganzen Welt zu finanzieren. Natürlich kannst du auch per Überweisung über die MyOffering-App spenden. Weitere Informationen findest du auf unserer Webseite. Und weißt du, ich möchte mich schon jetzt ganz herzlich bei dir bedanken. Danke für deine Gebete und danke für deine finanzielle Unterstützung. Gottes reichlichen Segen und Shalom. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!